In Elements 2016 ist es nun möglich, in jedem Segment individuelle Griffe zuzuweisen. Das heißt, wir haben den Knopfschrank konfigurieren und hier können wir eben beispielsweise einen Griff 01 hier zuweisen. Und in dem nächsten Segment haben wir noch einen ganz anderen Griff stehen. In den Detailparametern wird dieser Eintrag durch ein Pipezeichen getrennt. Ich trage hier mal ein neues Segment ein mit 500 mm, mache hier wieder Türen rein. Und wir gehen eben wieder auf Schrank konfigurieren und wählen eben nun für das dritte Segment nochmal einen anderen Griff aus. Ich trage hier mal ein neues Segment. Ich trage hier mal ein neues Segment.